Ich schub Cenk es und hier machen wir noch eine mittelheilung auf jessica Boah ich will nicht wissen alter was der netz alter 360 punkte krass Ja für vier runden konzentrieren ist schon so ne heftige sache Das kostet 6 punkte, das kostet nur 3 hier, machen wir so Gib ihm Fälligkeit in sich selbst teilen und Angelo macht auch mal ne mitleidung auf sich selbst Das heißt sind alle wieder Ey das ist jetzt natürlich krass wie ich das jetzt schaffen würde aber ich glaube eher weniger Das ist ne Frage die ist Der macht einfach nicht zu viele Flächenangriffe Mann Hier Ne Komm heil dich selbst Cenk es mal ruhig weiter Jessica macht die Fähigkeit Cenk es zu heilen Und er macht noch ne schöne mega stärkung Ah komm kannst du nicht mal eigentlich sterben? 20 nur noch Das ist da haut er noch viel rein Mitleidung Mitleidung Sie selbst Ne Mach du mit weiter Warte mal stopp Die So Die darf auf jeden Fall nicht sterben Ab Nein Nein Auch noch mein Angreifer Alter Ach komm musste ich das jetzt machen Zauber Vollheilung Cenk es Äh 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 Zauber Vollheilung Voll auf dich selbst Mitleidung auf sich selbst Angriff Machen wir hier Es kann doch die Wahrheit sein, dass ich die nicht platt kriege Äh 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 Fifth Peck Boah Mann ey Das gibt's doch nicht Hier Kannst du den Kannst du dir auf die selbst ansetzen Die machen eine Megastecke kommen Äh Mann Ich verliere den Kack doch noch Ihr habt zu wenig Mana Punkte Sonders bei meinem Hauptcharakter Ah Ah Kann nicht so schwer sein, dass der noch nicht platt geht Äh komm Ähm Das ist die letzte Heilung Jetzt noch Cengiz einmal Machst du eine Mittelheilung auf dich selbst? Ey das gibt's doch nicht Jetzt sieht man, dass ich so vor kurzem schmalen Grat grad stehe Boah Ne warte, ich hab noch Gepäck Benutzen auf sich selbst Zauber Ah Ah Gut, dass ich das grad gemacht habe Nein, nicht Cengiz Weißt du, der einzige Angreifer Äh Weißt du was Ja, den muss ich auf Flash machen Der hat auch keinen Geil, ich kann mir erstmal Mana Punkte von ihm holen Gib mal ein paar her Ich bin mal ein 3 Au 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 Äh, mit dem kannst du nur noch So Der kann doch endlich mal kaputt gehen Komm doch schon Ich krieg dir gleich einen Anfall Ganz ehrlich Äh, jetzt haut da noch einen Angriff rein Das ist doch unvorstellbar Dass der Sausack nicht stirbt langsam Gengiz Jessica Boah Ey Kann nicht mal Einzelangriffe machen, die waren viel interessanter und nicht immer diese ganzen ja der ist dauernd ja jetzt gehen sie alle nacheinander dauern und glaubt das war es nicht schau ich nicht mehr probieren wir es ok ist auch down komm schon sie ist jetzt auch tot zwei punkte noch ich glaube ich krieg einen anfall nein haha ja das war es shit ja war eindeutig ein bisschen zu wenig meiner punkte im nachhinein naja nicht die schande wert die schande ist es auf jeden fall nicht wert gut da würde ich aber sagen ich speicher jetzt hier noch und dann machen wir mal hier speichern natürlich dann würde ich noch ein bisschen nebenbei trainieren dass sie so ein bisschen auf jeden fall die standard charakter 30 erreichen und dann mal gucken ob ich die anderen auch noch 30 mache oder so ach ne doch was speichern möchte ich ja und da würde ich sagen hoffe es hat euch gefallen wir versuchen beim nächsten mal wenn wir ein bisschen antrainiert sind den boss nochmal zu machen und bis dahin euer flash und tp wenn es euch spaß gemacht hat kommentiert bewertet gibt einen daumen hoch gibt einen daumen runter haupt seine bewertung ist immer wieder da und bis dahin bye bye bye